Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende eines langen Jahres, das uns allen aber sehr kurz vorgekommen ist. Ich bedanke mich bei allen für die Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, ein gesegnetes Christfest, ein etwas geruhsamerer Zeit zwischen dem kirchlichen und dem weltlichen Jahreskreis und einen guten Beginn im neuen Jahr und dann in alter oder...